Alter, was? Kommt die kleine Killerpuppe hierher? Da ist sie! Hau ab! Oh fuck, ich seh sie in der Falle. Da ist die kleine Puppe. So, wohin geht das Kabel? Geh da. Alter, war pissig, du kleine Killerpuppe, man. So, erstmal Türe schließen, man. Leck mich am Arsch! January 2nd, 1893. I don't understand why my puppets orient themselves to the northeast when I shut them off. Each and every one pivots upon my deactivation. Always to the northeast, facing the lonely aperture by the cliff. The odd thing is, I never placed a compass within them. More urgent matters. Was hat er mit den Kindern gemacht? Hat er ein Mädchen hier festgehalten, diese perverse? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jetzt eine verdammte Killerpuppe... Das muss halt echt nicht sein. Das muss halt überhaupt nicht sein, man. Glocke klingeln lassen. Jetzt mal wieder hier. Da ist die Killerpuppe. Ja, ja, ballern nur rum, du bist auf der falschen Seite, man. So, los, weg hier, man. Da, hier müssen wir, okay. Das hat nix machen! Ich wollte es nur provozieren, ich wollte es mal provozieren. Ich wollte mal gucken, ob das Vieh kommt, wenn ich da oft genug draufhaufe. Aber es kommt nicht. Lass mich in Ruhe, du dumme Präsenz. Wow! Du kriegst mich nicht. Au! Ich glaube, du kriegst mich nicht. Öffne dich! Die Tür zu finstern ist! Oh! Ist da noch eine? Oh Gott! Die Tür schließen. Was ist das denn unter mir? Oh! Wo bin ich hier? Also, ich bin hier richtig, glaube ich. Alter! Was sind diese ganzen Kerzen hier? Yo! Nee, 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 ich bleib mal hier draußen. Bei der Baum da. Was machst du da hinten? Kleine dumme Puppe. Hast du was in der Hand, was wichtig ist für mich? Was soll der Mist? Ist das deine Knarre in deiner Hand? Was ist das denn? Wo bin ich hier? Was ist das für ein Stromkabel? Ich soll zu der Tür! Warum soll ich hier hin? Ist hier etwas Besonderes? Ah, hier war der Schlüssel. Okay. Alles klar! Ah, hier ist keine Puppe. Ai, ai, ai! Äh... 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 Oh, oh. Geh aus dem Weg! Der dumme Ding! Oh, fuck! Er hat mich... Oh, fuck! Fuck, wie schnell der war! Oh, scheiße! Oh, fuck! So! Da sind wir wieder. Wir sind wieder in dem Raum, wo ich... ...auf dem Basement Puppet Key aufnehmen. Okay. Jetzt kommt hier diese kleine Puppe vorbei. Na ja, alles klar. Oh, shit! Mami! Äh... Äh... Aua! Aua! Das Vieh kommt sofort! Kann ich mich irgendwo verstecken? Alter, du weißt doch! Kannst doch nicht wissen, wo ich bin! Eieieie! Eieie! Wo-Wo bin ich hier? Das war vorhin aber nicht so, ey. Okay. Wo lang? Da lang. Alles klar. Alles klar, wir hatten vorhin einen kleinen Bug. Hör auf. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, Mann. Ich bin hier weg. Na, alles klar. Ah, jetzt kommen wir da rein. Ja, alles klar. Wäre wunderbar. Hau ab! Oh Gott. Nein, bitte nicht in den Keller, Mann. Na gut, wir gehen rein. Please, for your own safety, go back upstairs. Hm, nicht die beste Idee, die Polizei zu schützen, Herr Bosch. Der hat tatsächlich hier jemand eingesperrt, gell? Was war der Code? Na toll. Hä? Ah. Kannst du jetzt hier nicht hoch? Ja, doch, kannst du... Freundliche Augen, App. Vier Reiter, okay. Vier Reiter, haben wir hier. Entweder 4-1 oder 4-2. Talk later. Jo, danke, Nick. Okay, 4-1-5 oder 4-2-5. Okay, also 4-1-5-3 oder 4-2-5-3. Eins von diesen 3... Eins von diesen 3... Äh, von diesen 2. Ähm, 4-1... Lassen wir mal... Das ist nix. So. Kann ja noch unheimlicher sein, gell? Da hinten kommt Musik her. Doch, nicht von da. Doch. Ja, okay, dann... Ah, doch, hier lang. Oh mein Gott. Will ich da rein? Ich schau mich noch ein bisschen hier um. Okay, von da komm ich. Noch ne Tür. Okay, ich glaub, hier kann ich so viel Krach machen, wie ich will. Na gut, dann gehen wir hier rein. Du blöde Kuh. Ich hasse dich, kleines Püppchen. Ich weiß nicht, wie ich... Oktober 15, 1892. Nach dem Elektro-Konvulsiv-Servé, ich weiß, dass ich... Oktober 15, 1892. Nach dem Elektro-Konvulsiv-Servé, ich weiß, dass ich muss actieren. Ich muss sie nehmen. Oktober 16, 1892. Ich bin ein Mann, nur in der Sitzung, nicht in der Aktion. Und... Lord, bitte gib mir die Chance, was ich muss tun. Na, da, du kranker Kerl. Was haben wir hier? Freundliche Augen, äh. Was haben wir hier? Es sieht wie ein old-fashionedes Blueprints. Oh. Ja, es sagt Danvers State Lunatic Asylum, aber es ist alles überwacht. Date, Zeit, Schöpfle über die bestimmte Räume. Ich glaube... Ich glaube, jemand war planen, auf fliehen die Kuckoo's Nest. Nichts. Tough crowd. Was zum Teufel. Okay. Mein Handy. Hallo. Sorry. Was? Was? Well, I don't know. I don't know. Everything. No need. Listen, I've warned, in another 15. Stay safe. Or leave. We can finish this thing together. I can't. You can't? Or you won't? No, I mean, I physically can't. The house won't let me. That's alarming. I'll be there as soon as I can. Okay, er will jetzt herkommen, oder wie? Er will jetzt nicht mehr, oder wie? Er hat ihn weggelegt. Er hat ihn weggelegt. Excuse me? Schnauze. Oh, das ist ja schon offen gewesen. Boah, Alter. Puppen, Puppen sind so scheiße, Mann. Die machen einem so mega Angst. Na gut, wir haben jetzt irgend so ein Aufziehding bekommen. Okay, Mann. Oh, mein Gott. Oh. Alles klar. Puppen, könnt ihr bitte weggehen? Oh, mein Gott, Alter. Ist das ein... Ein Horrortrip, Mann. Einfach so dieses... Dass man nicht sieht. Und dass, wenn ich... Wenn ich was sehen möchte, Gefahr laufe, von einem Monster gejagt zu werden. Das ist so... Boah, das ist so anstrengend. Oh, mein Gott. Oh, okay, the app tutorial video doesn't exactly prep you for this sort of thing, but, uh, I need you to keep calm. If you need me to call the police or even an ambulance, let me know ASAP and I will get you help. In the meantime, there's something blocking the drain by your feet. Reach down and remove it and you should be able to get out, then get out. Da war doch etwas. Da! I'm sorry. I tried to warn you. Please, try to hold still. Hey, Bosch, was hast du gemacht? Hier liegt eine Leiche, man, oder? Ah, ja, guck da, hier liegt der. Ey, Polizist. Sind wir noch da lang? Oh, mein Gott, wie hat er das geschafft, dass die Puppen hier so leben? Ich kann nicht aufstehen. Gott, es ist ekelhaft. Killerpuppen und Geister. Eine geile Kombi, Leute. Eine richtig geile Kombi halt. Öffnen. Okay, was haben wir hier, was? Puppe untersuchen. Scheiß auf die Puppe. Da lang. Was war das? Warum war es gerade so? Ich denke dann immer, es ist, es ist Gefahr in der Nähe, wenn, wenn das passiert. Ah, es ist hier. heils maul bosch hier ist blockiert aber da kann ich auch rüberlaufen nice dann mache ich das auch gleich mal zwei türen die geht auf die bestimmt nicht ja okay ich komme nicht mehr zurück ich komme nicht mehr zurück okay wir kommen nicht zurück nicht zurück und die tür zu die oceanäre ist ein wunderser Papa ich habe es zu sagen bald wird es gut genug sein, um dir eine Song zu singen einfach so wie ich es kann oder du kannst immer mit unseren Dörtern trinken, bis sie singen Er wollte nur was für seine Tochter machen. Kann es sein, dass das Vieh nur an gewissen Stellen kommt und nicht überall? Alter was? Die geisteskranken Puppen haben das Mädchen vergiftet. Oh, kann ich das nicht zum Laufen bringen? Müssen nicht angehen. Wohin? Oh, wieder zurück oder was? Ich hab gar nichts gefunden hier. Was soll das? Warum bin ich überhaupt hier hergekommen? Immer dieser Blick auf den Boden. Gleich kommt was. Wieso? Die Tür ist offen. Leck mich am Arsch. Was ist das? Oh, Mann. Wieso kommt da keine Musik bei dem Ding? Hi. Oh, Mann. Wie eklar. Wie egelhaft. Hm. Januar 21. 1893. Wenn ich sie aus dem wachsenden Ort ausbringte, dachte ich, sie zu retten. Ich dachte, nichts könnte besser sein, als zu retten und zu verletzen wie Tiere. Jetzt, nachher, ich frage mich, ob ich ihnen eine wachsende Hoffnung gebracht habe. Meine Engel. Truly angels now. Would they have been better off if I left them in state care? It matters not what happens to me, but as I wait for these monsters to claim me, I ponder my role in this travesty. Which door to the afterlife will admit me? Kleine Dreckspuppe, ich hasse dich. Warum zeigst du mir da hin? So, hier ist auch nichts. Okay, wir gehen mal kurz zu dieser creepy kleinen Puppe, die da sitzt und mit dem Finger irgendwo hinzeigt. Gott, bist du scheiße, ey. Der Apfel. Boah, Alter. Ich bin sehr entschuldig. Aber diese Dinge haben dich getan. Ich habe dich alles falsch gemacht. Da ist die Apfel für meine Träume. Ich versuchte, um Dinge zu fixieren, und nur ein paar Worte gemacht habe. Sie kommen. Okay, wir haben den Apfel gekriegt. Und raus hier. Mein husband ist ein rechtes Mann. Aber ich bin afraid, dass sein Liebe Gottes vielleicht die Destruktion eines Innoßen. Was hat das zu bedeuten? Wieso ist es so ruhig? Kann ich auch dorthin? Nein. Ja, egal. Komm, wir gehen lieber dahin. Da, wo wir hin müssen. Eine kleine Puppe. Ich habe sie gesehen, wie eine große Musik von Kindern sie verraten. Sie schweigte, als sie die kleine Puppe schmutzte, die kleine Puppe schmutzte und schmutzte, die die Puppe schmutzte, die die Klappen schnellstrahl, die ihre Augen sehen können. Es war so, wie sie es sich in die Sache zu spüren. Wasch! Oh Gott, Cassie. Du bist hier für einen Grund. Oh Gott, der Schmerz! Und die Wälder hat alles rot. Schau es, Cassie. Ich muss das herausfinden. Bis zum nächsten Mal. Soll ich zufrieden, ihre Lande und die Stadt werden in deiner Familie fortgelegt. Das Superior Court in Essex County. Blut von Durham. Ist das das, was du hast? Ich lasse dich raus! Oh Gott! Diese Hausstätte fühlt sich noch... Gottlos. Ich frage mich, wann diese Gefühl der Frieden kommen wird. 25. Hat mein Saviour in seinen Reisen gedauert? Was ist das auch noch? Husband, wie hat diese Füße so schnell gesperrt? Wir haben nur gestern gekommen. Gross. Alles hier ist einfach... ...diskussend. Einfach nur widerlich hier. Diesem Pfad hofft in den Haus. Ey, ich hab kein Bock, dass dieses Vieh kommt. Wir sollen nicht sterben, wir... Husband, die Tiere. Die haben kranker Tiere gegessen. Eh klar. Aber besser als nichts, oder? Jaaa! Okay, guck mal. Zu viel Lärm kann ein Gegner anziehen. Sagen sie uns im vierten Kapitel, ey. Okay. Ich sehe aber sonst nichts. Da hoch. Okay. Was soll das denn eigentlich? Hier ist es zu. Hier geht es nicht weiter. Guck mal, da kann ich mich verstecken. Okay. Gut zu wissen. Ich bin wieder hier. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Irgendeine Treppe, Leiter... Ah, hier ist das verrottete Essen. Irgendwie müssen wir hoch, aber wo? Ey Leute, man sieht einfach nichts, Mann! Geht's nicht weiter. Immer noch dort entlang. Okay. So, ob hier... quer. Nein, Freunde. Ich gehe bitte hin.